Der beste Brotkasten ermöglicht maximale Frische von Brot und Brötchen während der gesamten Lagerungsdauer. Da Brotkisten allerdings in den verschiedensten Ausführungen, Materialien und Designs erhältlich sind, gelingt die Entscheidung nicht unbedingt auf den ersten Blick. Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Brotkastentest. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Auf Platz 5 hat es der Mamboker Brotkasten aus Ton geschafft. Dieses Modell ist nicht nur in der Anschaffung sehr günstig, sondern kann Brot durch die idealen Lagerungsbedingungen im Brotkasten sehr lange frisch halten. Der Ton nimmt das überschüssige Wasser auf und gibt dies bei Bedarf wieder ab. Das Klima in einem Brotkasten aus Ton kann mit einer natürlichen Klimaanlage verglichen werden, wodurch das Brot lange weich bleibt. Der Brotkasten im rustikalen Design passt in fast jede Küche und steht auch in Abstellräumen gut und sicher. Der Deckel liegt auf dem Brotkasten offen und kann komplett abgenommen werden. Nachteilig ist, dass der Brotkasten durch die Form nur kleine Brote frisch halten kann und sich somit nicht für Großfamilien geeignet ist. Zudem kann der Brotkasten nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Ein weiterer Nachteil bei diesem Modell ist, dass Sie hier weder eine andere Form noch eine andere Farbe auswählen können. Auf Nummer 4 Ebenfalls ein sehr empfehlenswertes Modell ist der Zeller Brotkasten aus Metall und Bambus. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen dekorativen Rollbrotkasten in schickem Design. Der Brotkasten selbst ist aus Bambus und wird durch einen Deckel aus Metall, welcher nach oben geschoben werden kann, abgeschlossen. Der geräumige Brotkasten ist 39 cm breit und bietet somit auch Platz für ein großes Brot oder mehrere Brötchen. Sie können auswählen, ob Sie den Brotkasten in schwarz oder weiß bestellen möchten. Der Preis ist deutlich niedriger als bei den vorherigen Modellen. Besonders erwähnenswert ist, dass das Brot durch das Material und die Belüftungslöcher an der Rückseite bis zu einer Woche gelagert werden kann. Das Holz nimmt die überschüssige Flüssigkeit auf und verhindert somit die Schimmelbildung. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unsere Liste auf Platz 3 Auch ein qualitativ sehr hochwertiges Modell ist der Lars Nüsum Brotkasten mit Schneidebrett. Hier erhalten Sie zudem einen Brotsack aus Leinen, womit die Lagerung optimal möglich ist. Der Brotkasten ist aus rostfreiem Stahl und wird mit einem Deckel aus Bambus verschlossen. Diesen können Sie problemlos abnehmen und als Schneidebrett verwenden, da der Deckel besonders robust ist. Dieser Brotkasten überzeugt ebenfalls durch ein tolles, zeitloses und vor allem minimalistisches Design. Sie können hier aus drei hübschen Farben die passende für Ihre Küche auswählen. Mit einer Breite von 34 cm und einer Tiefe von 19 cm eignet dieser Brotkasten sich vor allem für die Lagerung von kleinen Broten oder Brötchen. Für Großfamilien, bei denen häufig großes Brot gekauft wird, ist der Brotkasten weniger geeignet. Bei Nummer 2 Auf den zweiten Platz hat es der Römer-Tupf-Brotkasten geschafft. Besonders praktisch ist, dass Sie dieses Modell nicht nur für die Lagerung von Brot, sondern auch zum Kochen verwenden können. Der rustikale Brotkasten ist in weiß oder natürlichem Keramik verfügbar. Sie können zudem wählen, ob Sie den Brotkasten in runner oder ovaler Form haben möchten. Durch das natürliche Material arbeitet der Brotkasten wie eine Klimaanlage und bietet die optimalen Voraussetzungen für die Lagerung von Backwaren. Bei diesem Modell ist sehr praktisch, dass die überschüssige Flüssigkeit durch den Ton aufgenommen wird und das Brot somit bis zu einer Woche frisch bleiben kann. An den Seiten befinden sich Löcher, über die der Brotkasten ausreichend belüftet wird. Da der Römer-Tupf beschichtet ist, können Sie diesen problemlos in der Spülmaschine reinigen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Unser Testsieger ist der Brotkasten vom Vesco aus Edelstahl. Dieses Modell hat uns vor allem durch das tolle Retro-Design angesprochen. Der Brotkasten wird mithilfe eines Klappdeckels geöffnet und verschlossen. Damit dies reibungslos funktioniert, hat der Deckel einen edlen Griff, der sich farblich vom Rest des Brotkastens absetzt. Auch sehr ansprechend ist, dass der Brotkasten in zwölf verschiedenen Farben erhältlich ist. Vor allem der Brotkasten in schwarz lässt sich sehr leicht in jeder Küche integrieren. An der Rückseite dieses Modells befinden sich Löcher, die eine ausreichende Luftzirkulation bieten und somit das Brot für mehrere Tage frisch halten. Der Brotkasten ist robust und aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Ist dieser nicht in Benutzung, können Sie das Modell sehr leicht und gründlich reinigen. Mit einer Breite von 42 und einer Tiefe von 17 cm eignet dieses Modell sich auch für die Lagerung große Brote oder mehrere Brötchen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.